Hier, mein absoluter Fefert vom Bischel, vom Weingut Bischel aus Abelheim. Das ist Rosé in der klassischen Lehre, für mich zumindest. Wir haben hier Erdbeeren, ein bisschen Himbeernoten und das Ganze wirklich in so ganz fein gliedig. Also das läuft runter wie, also wenn es jetzt nicht nur Wein wäre, wie Öl, aber auch so richtig groß, harmonisch, auch balsamisch. Das ist einfach der Hammer. Das könnt ihr wirklich auch von Moins mit aus Abends trinken. Eifertorf, ab 10!